Und damit Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2 D.S. Conquest mit dem Flash Mit Centus Nachdem wir jetzt nochmal die Aufnahme starten durften, weil bei Flash der Emulator abgekackt ist Ja, alles bei mir war bei dir auch schwarz Das heißt, ich hab nur deine Figur gesehen, ich hätte auch einfach so aufs Jux spielen können Nein, nein, warum fall ich jetzt schon wieder runter Mann, ey Schon wieder Hunger Und Flash frisst nebenbei Stimmt doch gar nicht Jawohl Sind nur Nom-Noms Stirb endlich Warum fall ich so weit runter Kannst du nicht sterben, das ist einfacher Nein, kann ich nicht Er sparsst dir die Hochhüpfe wieder Nein Yes, yes, here we go Hey Du hast disliked mal alle Videos von Flash, der ist so gemein zu mir Macht eh keiner, wenn keiner guckt Ich weiß Mir ist das egal, ich mach die Videos für Spaß, also Ich hab nur noch 10 Leben Ich hab gleich nur noch 9 Leben Ich sehe es schon kommen Ja Das war Lucky mal, der gesagt hat, wieso ich Videos mach, wenn eh keiner guckt Nein Oh Spaß kann das doch nicht sein Bö? Was war das denn? Irgendwas war da Buggy eben Ja Buggy der Clown Jetzt aber nicht zerteilt hier Und jetzt spring Oh Alter Tschüss Tschüss Nein Das war zu früh Ich muss einen Keks essen Ich muss nach der Aufnahme erstmal auf Skype gucken, wird geantwortet Aha Wegen Server Warum? Dede oder was? Nein, nicht jede Achso, der Ich nehme Ja Ich nehme Modback Server Tod Ja Nein Oh, ist wieder da Mann ey Mann ey Mann ey Mann ey Was soll der Scheiß Jetzt war ich schon wieder so weit runter, ehrlich Das war's Vor allem Die Tonnen dann zu kriegen, das ist auch kacke Weil du unterwegs nie weißt, wo war jetzt noch meine Tonne Ah, fickt euch Ihr könnt mich mal Macht doch Spaß, Centus Ihr könnt mich mal Du bist behindert Ein neues Leben Ja gut Mit Leben Zumindest Besser als Flash Ich habe Angst Ich habe Angst Da habe ich zu lange gewartet Tschüss Besser sind das Problem Findest du? Maki Maki Fässer nicht Bum 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 Ehrlich Da oben ist sie ja wieder Hallo Nein ihr scheiß affen ihr könnt mich mal meinst du so wie du ganze zeit komm hätte ich es nicht gemacht hätte zu sauten wüsstest du es nicht war so nicht oder ich hätte es vielleicht rausgefunden bei dem dicken findet man das heraus nein warum ist warum ist er ab und zu langsamer und dann wieder so schnell her das ist der papagei halt immer das ist ein kotzen ganz zu viel ich freue mich dieses spiel zu spielen gerade und immer dieselbe level 9 leben nur noch ich glaube ich werde hier gegen übergehen ich drücke in die mitte nein du genau in die mitte vergiss es so zum kotzen kann er machen aber heute nicht mehr aber er macht da oder wie das ist doch schon mal gut ja es ist gut dass man rausgehen kann ohne dass das irgendwie ein bild reinkommt also auch öffnen kann bei mir komischerweise geht das nicht obwohl er das spiel noch aufnehmen soll nimmt alles und nein alter ich hab das ist jetzt zum kotzen ja ich weiß man das ist doch zum kotzen dieses level ist auch gleich schon da du fällst jetzt erst mal zehn stück werke weiter wieder runter kalt zum maul hallo das ist dein ernst du drückst nach oben dann ist er schneller ich hab mich eben schon gefragt wieso damit einmal so langsam war dann da bleib ich lieber noch mal sicher wenn er diesen scheiß macht warte bis das zurückkommt sonst werde ich wieder getroffen wenn ich ihn vorher kill verpisst euch scheiße das war jetzt kacke ach nö jetzt kommt dieser hässige messficher wieder ah hau ab hau ab mann warum jetzt sind wir nur da unten drücken müssen ja schön flash hat zum haul du bist ein braver junge ich du bist so ein dummer sack flash das level ist scheiße nee richtig das level ist scheiße hast recht sagst du mir nix neues ach sei ruhig das war echt gut ah das ist ein bug meinst du und das ist die strafe glaube ich dafür dass das ein bug war dass du backe backe kuchen gemacht hast komm los ha 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 oh ja fick mich das ist dein ernst flash mich ranfass jetzt komm her fass was machst du eigentlich da komm sterb komm sterb echt sterb hab ich gesagt jetzt aber ich will irgendwas grad draufhauen ich kenne das ich glaube ich muss das gleich in ruhe spielen ich mute dich gleich mal wirklich dann kann ich das glaube ich in ruhe nein mach das ne doch dann kann ich schreien nein flash lass das schreien 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 bomm bomms 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 flash noch da mhm also du hast dich echt gemutet nein jetzt schon jetzt gekse gekse ja man macht uns was richtig glückskekser mhm boopskekser hab ich gesagt nie keine boopskekser das war ein kinderbeam hallo wie geht es dir? bäh bäh mhm mhm hä? mhm 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 ja alles klar diga fatzke stimmt stimmt mhm nein so So. Was soll das? Achja. Ich hab's geschafft. Hast du noch einen Level dazwischen? Ah, speichern, bitte. Ja, mach ich jetzt weg.